Hallo und zurück zu Part... Ah, was mache ich hier? Oh mein Gott, was habe ich getan? Sorry, Leute, sorry, sorry, sorry. Was hat der Tor mit dem Bildschirm gemacht? Ich habe auch so sehr langgezogen. Doppelklick auf... Auf das Ding da und dann... Wird's langgesteckt. Okay, wir sind hier stehen geblieben mit dem letzten Part und dann... Geh wir jetzt weiter. Okay, ganz ruhig hier. Du lulul, ist es ruhig hier zu ruhig. Ich gehe mal hier unten. Ach so, diese Stage. Und was bringt mich hier oben hin? Nichts. Das ewige Nichts. Boah, eigentlich habe ich mal das schwarze Ding besiegt. Es ist so dumm. Überspringen wir mal die Gegner, wenn das geht. Die Gegner habe ich nicht gesehen. Ich habe sie nicht gesehen. Host, host, host. Ja, gehen wir mal in die Schatzruhe. Gehen wir in die Schatzruhe, habe ich gesagt. Ja. Und dann verkaufen wir uns selbst in Ebay. Jo, Sakura, du wirst verkauft in Ebay. Jo, nee, nee. Ich habe ja auch ein neues Projekt vor. Das werde ich euch dann... Das werdet ihr bald sehen dann. Wenn eins dieser Projekte vorbei ist, werde ich das neue starten. Und dann... Macht euch gefasst für... Das neue Projekt. Ich lache hier so doof. Hallo, hallo, hallo. Habt ihr Geschenke für mich? Nein. Wir sind deine Gegner. Wir haben keine Geschenke. Wieso nur? Ihr seid so fies. So, jetzt habe ich euch halt bezahlt. Ah, ich muss hier hoch. Und wieder runter. Hoch. Hoch. Och, jo. Komm. Was wollt ihr von mir? Autogramme, gebe ich später. Mann. Meine Fresse. Alle wollen ein Autogramm von mir. Oh, unbedingt. Bekommt man von dem hier Gegengift. Oh, ich bin nicht vergiftet. Ich dachte, ich wäre vergiftet. Aber ich will es nicht. War da gerade was? Ich hatte Ruhe. Yeah. Mit Sushi. Yeah. Noch mehr Sushi. In unserer Tasche, die wir gar nicht brauchen können. Na, jetzt schon. Oh, ho, ho, ho. Random Stuff, Random Stuff. Okay, ihr verliert nichts. Äh, Donner. Äh, ja. Yay, Nudeln. Aber die kann man leider nicht in unserer Tasche machen. Oh, doch. Yay, ich habe Nudeln bekommen. Yay, Nudeln Power for the win. Ach, nö. Ich sehe schon was da unten. Ach, komm schon. Jo, das musst du doch nicht. Jo, also, Kura. Du bist komisch. Oh, nee. Äh, bin ich wieder bis dort eins hier? Stimmt aus. Noch einmal. Yay, das war ja wenig. Noi. Ich habe mehr gerichtet. Ihr seid so gemein, ihr Gegner. Ja, sollt ihr auch. Boah, ha, ha, ha. Äh, ja. Und jetzt bin ich so dumm und spielig. Und spring noch rein. Ja, du bist so dumm, jo. Ho, 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 ho. Wir werden dich besiegen. Und unser Meister wird siegreich von dir. Boah, nein. Euer Meister wird nie gewinnen. Haha. Ich werde euch... ...euch in den Popo hauen. Haha. Und ihr wird verlieren. Niederlage. Geh. Haha. Ihr wird eine Niederlage nach der anderen kassieren. Okay. Und safe state. Safe state. Safe state attack. Okay, verkaufen wir mal jetzt die Zweifel-Gegengäfte. Ach, ja, Gegengäfte. Ach, drei sind es. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht das. Ich wollte noch mal bei dir rein. Äh, ein Hamburger. Ein Hotdog. Und ein Sushi. Danke. Ja, komme ich gerne. Jo, Leute. Jetzt gehen wir mal hier runter. Sonne. Mond. 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 Keine Sonne. Mond. Mond, Mond, Mond. Mond, ich liebe dich. Wieso? Wieso haben wir die Satsache? Und... Oh, ich habs gepackt. Äh, ich habs geschafft. Ach, der Mond im Hintergrund. Das ist ja mal eine schöne Umgebung hier. Ich hab jetzt irgendwie Angst rum zuzuspringen. Ich hab wirklich Angst rum zuzuspringen. Ja, wie mach mal die Standfertig? Mit... Oh, jetzt muss man warten. Ich mach mal. Speed-Tast-Attack! Speed-Attack! Das ist ein bisschen schnell geldig, will die True da haben. Dankeschön! Dankeschön! Oh! Okay, wir können sie nicht nehmen, weil... Oh! Das war mal Glück! Das war jetzt Pech. Und jetzt lag das irgendwie, oder ist das bei mir? Ich verpiss mich vor diesem kleinen Ding. Es mag mich nicht, ich mag es nicht. Okay. Oh, jetzt hab ich dich besiegt und jetzt mach ich hier einen Safe-Said. Safe-Said-Said-Said-Said-For-The-Win! Boopalapoo! Jetzt hab ich Indiana Jones Musik im Kopf! Obwohl ich keine Indiana Jones spiele, vielleicht spiel ich das. Es gibt ja Spiele von Indiana Jones! Indiana Jones! Indiana Jones! Oh, wo bin ich hier? Ach, man kann die Gegner alle überspringen! Ach, kein Action mehr im Spiel! Mann, das ist so fies! Ist aber irgendwie auch schön! Hehehehe! Wow! Ach, was hast du denn hier Schönes? Nur so schön, danke! Danke für die Gastfreudschaft! Alter! Wusstest du nicht, dass Werfen verboten ist bei manchen Ländern? Äh, nein! Ist... Ist vergiftet? Nein! Ich lebe noch! Mysteriös! Ich stelle trotzdem mal einen Sushi zu mir! Was ich auch raus habe und jetzt geben wir einen neuen Sushi! Hm, jetzt gehen wir doch mal durch diese Tür! Hm, ich geh mal durch die Tür! Du, 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 fuck, chill! Okay, hier kann man nur durch, wenn man einen gewissen Geist hat! Äh, ha! Der Geist ist in den Tod gesprungen! Mysteriös! Ach, überspringen wir mal die Gegner! Ist ja eh... Ja... Schön, wenn man mal die Gegner überspringen kann! Weiter geht's! Äh, ja! Oh! Ich hab's geparkt! Und es geht weiter runter! Mysteriös! Ich muss was Schönes kaufen! Ach, komm! Ich wollte... Job... Verkaufen! Das... Gegen-Gift! Hier fliegen die Flieger herum! Die ich nicht töten werde! Wir kaufen uns noch... ...ein Hot-Doc! Und das war's! Da sieht man ja die 10-10! Und das bedeutet halt... ...dass uns Sgt-Touch dann voll ist! Und wir nix reinmachen können mehr! Okay... Save-State! Und jetzt gehen wir mal hier runter! Und Bogenschutze! Vogel! Vogel! Stirb aus! Danke, Vogel! 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 Okay... Voll geil! Das hab ich noch nie bis hier nach oben! Hohohoho! Das war echt mal epic! Okay... Gehen wir gerade aus! Stirb! Mehr Schlägemann! So hab ich dich ja genannt! Okay... Da unten war ich noch nie! Also... Blind! Hier! Okay... Euch zwei kann ich mich nicht mitnehmen! Oh... Jetzt kann ich auch nicht da hoch! Lol... Lol... Äh... Ja... Kommt man hier irgendwie hoch? Oder? Also hätte ich lieber den anderen Weg gehen sollen! Hm... Jetzt macht... Bist das mich... Blubla! Jetzt macht das mich aggro! Wieso? No! Ayo! Sag was zu den Spieleentwicklern! Es ist blöd! Ach so! Hier gehts weiter lang! Oh... Ich hab schon gedacht! Ich komm... Oh... Nein! Ich komm nicht! Ich versuch's noch einmal! Und wenn es nicht klappe, dann geh ich den anderen Weg! Ach... Wenn es nicht kla... Oh... Hier... Noch einmal und dann... Weg! Und dann ist es ja wohl fail, dass ich hier entlang... Ja! Ich muss in den anderen Weg! Und der... Der Pfeil hat mich getroffen! Mysteriös! So... Okay... Dann noch eine andere Weg! Safe Stay! Shop! Kann ich mir irgendwas schönes kaufen? Hm... Kaufe ich mir mal einen Hard Dog... Geh mal jetzt den Weg! Äh... Komisch... Oh... 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 was wir machen aber keine doch, in YouTube ah, ah, ich bin echt lustig ich weiß auch nicht was ich sagen, ah ja lol muss ich jetzt oben lang oder kann ich einfach, ne ich glaube ich geh mal oben lang ich glaube ich bin jetzt falsch ja ich muss oben lang und mein Gegengift brauche ich nicht, ist unnötig wieso gibt es keinen Gegenstrom, haha, eigentlich ein, eine Mittel wo Gegenstrom ist ich bin nicht lustig, ich weiß ich versuche doch ein bisschen lustiger zu sein, aber ich rede ja halt laut, ich ver- rede laut was zu sehen hier oben wird man nicht loben von Spongebob Spongebob, Barschwammkopf Hach, Kinnas, 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 es geht mir heute leider nicht so gut, also würde ich auch nicht ha, heute nicht spaßig sein ja ich bin erkältet merkt man ja nicht, aber ich bin erkältet komm schon Dankeschön ich verirr mich ist ja wie ein Ehrgarten hier, hallo, wo muss ich in Blank, was muss ich tun maaaann Ehrgarten City oder wat ich hab bin hierher gelaufen, nur für ein Geist und für diese Dinger also Kinnas, C-State und wir sehen uns im nächsten Part, genau hier, in der gleichen Welle, in der gleichen Stelle Bye Bye